Hallo und schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wir spielen hier an dieser Stelle weiter. Wir haben beim letzten Mal eine Loyalitätsmission für unsere Freundin, die Asha, gewonnen. Genki-Fahrzeuge kriegen wir dafür. Und was machen wir denn jetzt, Schickes? Uh, Genki-Fahrzeug. So, ich gucke erstmal hier und wir haben so ziemlich nichts mehr zu tun, außer dieser Aufgabe. Rettet Johnny Gat. Da wissen wir doch, was wir tun. Los geht's. Johnny, jetzt hole ich dich. Ich hole dich. Hupsala. Hey, der hat auch noch die coolen Flammenwerfer dran. Yeah. Aber was ich vor allem machen möchte, ist jetzt nicht nur in die Simulation rein oder so, sondern... Ah, ich gehe in keine Simulation, ne? Ah, doch. Hier, gucke, gucke, gucke. Ey, ich bin schon in der Simulation. Verlassen, meinte ich. Zuerst einmal werde ich mir das tolle Schwert holen. Zuerst einmal werde ich mir das tolle Schwert holen. Äh, wo ist es da? Oh, Leute, jetzt seid nicht solche Spielver... Was ist denn jetzt los? Ah, Hilfe. Jetzt reicht's mir. Komm her. Goldener Schnatz. Nie hat ein Mensch dich dringendan benötigt. Kommst du jetzt her, Mensch? Zack. Okay, und jetzt versuchen wir das Ganze mit dem tollen Schwert nochmal. Und diesmal sollte es auch klappen. Ich will das tolle Schwert... Äh, wo haben wir es denn? Waffenlager. Nahkampf. Und das Schwert. Wo ist es? Oh, wie sich das schon anhört. Haben wir hier zufällig irgendwo ein Waffendinges in der Nähe? Ah, ich glaube, wir dürfen gerade keine Läden benutzen, oder? Oh, der nächste Waffenladen ist ein Stück weg. Dann kümmern wir uns später drum. Und kümmern uns erstmal um die Aufgabe. Also, zack, rein da. Warum auch nicht? Jetzt wird Johnny gerettet. Ich freue mich schon drauf. Der alte Johnny. Der gute Alte. Ah. Los geht's. Ich bin mal gespannt, was den sein Albtraum ist. Bestimmt diese Szene, wo seine Freundin gestorben ist. In dem Haus. Könnte ich wetten. Oder vielleicht auf dem Friedhof, wer weiß. Ich bin mein Best. Schau, wenn du Angst hast, um mich zufällig zufällig zufällig, dann denke ich, das ist Teil der Dich. Du musst etwas sagen. Was hast du mir gesagt? Danke, Matt. Kenzie. Es ist nicht dich, die sich über Angst hat. Es ist jeder andere. Das wird wirklich spannend. Es ist nicht wichtig. Ich habe eine Gefühl, dass wir uns nicht zufällig sind. Saving Gat ist eine schreckliche Idee. Oh, ho, ho. So viel zum Thema. Schlimme Idee. Du bist aus der Linie. Du bist aus der Linie. B***h, du bist glücklich, dass wir standen in fronte und keep David auf. Stopp es. Er ist richtig, okay? Es ist eine schreckliche Idee. In order to save Johnny, wir müssen uns direkt von unserer Schrift in seinen Geist. Und das bedeutet, dass Zinyas genau genau wissen wird, wo wir sind. Ach was. Nein, irgendwas hat's hier recht. Ich bin sorry. Ja, well. Du könntest mich wieder in Stilport getötet, aber du lässt mich gehen. Ich kann ein paar Potsche vergleichen. He he. Geh in den Schiff. Dann wollen wir mal. Den Johnny holen wir da raus. Von wegen schlechte Idee. Wenn wir Johnny haben, dann ist es Zinyak, der Angst haben muss. Oh, du bist. Mit Johnny Gat sind wir unbesiegbar. Dann wollen wir mal. Legen wir los und holen wir unseren alten Freund zurück. Johnny Gat ist der älteste Freund, den ich habe. Und der fatteste Freund. Ganz genau. Der coolste Kerl, den es je in einem Spiel gab. Jetzt, dass ich weiß, er ist alive. Ich gehe durch den Hell, um ihn zurückzubringen. Das ist bestimmt die Szene da mit dem Schwert und so. An dem Tag ist seine Freundin gestorben. Uh. Weiner's don't use drugs. Okay. Gibt es wieder ein Text-Adventure für Arme? Aisha, behind you. Johnny, help. Uh. Ha, 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 ha. Ah, Johnny. Johnny, are you one? Come get her. Boah. Die haben sogar meine Klamotten im Pixel dargestellt. Wie krass ist das denn bitte? Alter, ist das aber... Zack, zack, bam, peter. Will uns noch jemand? Antenlatz. Ich auch nicht. Oh, oh. Ha, ha, ha. Entschuldigung, Johnny. Das ist so krass. Was ist denn das da für eine Kerze? Ey. Alter, ist das genial. Das ist hier Streetfighter für Arme. Johnny und ich waren... Come on. Life King HQ is this way. Okay, haben wir gut gemacht. Hey, da ist noch was zum Einsammeln. Ah, da kommt noch mehr. Lass das. Ah, ah. Okay. Dann wollen wir doch mal weiter. Das ist ja mal so ein krasses Game hier. Weg. Haust du ab. Das sind die genialsten Schlachtrufe, die ich je imitiert habe. Meine Feinde, er zittern vor Angst. Oh, wer seid ihr denn? Ich bin hier für Aisha. Get the fuck out of my way. I don't... Bats. Okay, dann wollen wir mal. Irgendwie macht mein Leben mir... Dezent Sorgen. Stage complete. Auf zur nächsten. Das ist so krank. Stage two. Niemals. Gegen wen soll ich kämpfen? Johnny, this isn't real. Aisha is dead. You can't bring her back. Shut the fuck up. I know she's in here. We just have to get... To the main office. Oh yeah. Und kaputt? Mach's tot. Okay, wir können weiter. Didididim didim... Bam, 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 bam. Verschwindet! Was denkt ihr, wer ihr seid? Ihr blöden animierten kleinen Klötzchen. Ah, voll reingedonnert. Na, wollt ihr eine ran? Au, der hat mich gehauen. Bats, Kadenga. Boah, wie ich die einfach nur fertig mache. Ah, da ist aber noch einer. Weiter geht's. Oh yeah. Gib das her. Ich mach dich fertig. Aber sowas von. Bats, Bank. Können wir weiter? Ah, ne, da kommt noch... Ach, wir müssen in den Aufzug. Okay, weiter geht's. Oh oh. Von den Wise Kings ist der okay. Ah. Ich denk schon. Ah, wenn der nicht zuhaut. Ah. Johnny, du musst mir helfen. Ich hab grad ein Problem. Ich hab grad echt ein Problem. Der macht mich alle. Okay, erledigt. Mächtig, gewaltig. Oh yeah, man. Voll geschafft, Alter. Habt ihr das gesehen, ey? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Fight. Ah, jetzt kommt die Ronin. Ich wusste es. Und da wird diese blöde Szenerie kommen, wo Junichi die Alda aufgeschlitzt hat und danach Johnny. Oh, meins. Ihr blöden Ronin. Wie ich euch sowas von blatt mache? Verschwindet. Oh, da kommen neue. Ihr könnt uns nicht besiegen. Boah, 2552 Punkte haben wir schon. Oh, ho, ho. Rezepte. Oh, oh. Was war das denn? Außer, dass ich fast tot bin. Ah. Ich bin auch tot. Ah, da komme ich wieder. Und habe nur noch vier Leben über. So, ich denke, wir können jetzt hier weitergehen. Und springen. Uh, was zu essen. Das war aber eine schnelle Sache. Oh, Johnny. Du holst. Oh, Johnny. Das ist ein... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ganz genau. So war das damals. Nur, dass der Johnny noch ein bisschen abgestochen wurde. Okay, da fangen wir das nochmal an und diesmal gewinnen wir. Oh, ja. Lauf! Jetzt gibt's Ärger. Jetzt müssen wir uns mit Junichi kloppen. Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Oh, oh. Junichi. Ronin. Verrreckt. Du denkst doch nicht wirklich, dass du eine Chance gegen uns hast. Das war doch ganz gut, oder? War es super, Junichi? Ich glaube, ich bin tot. Aber ich komme gleich wieder. Das ist so eine krasse Sache. Das macht mir fast mehr Spaß als das normale Spielgrad. Ich finde das genial an, es sind zwar immer diese kleinen Zwischensachen. Die machen echt das Spiel spannender. Mal Veränderungen müssen sein. Zack. Und die Sache hier macht mir gerade echt Spaß. Oh, yeah. Ja, ja, ich bin mit dir. Halt an, wir kommen, wir kommen, wir haben dich. Whoa, wir? Wer sind wir, das du denkst? Seine Reise ist endlich vorbei. Johnny Gatt war wieder einmal able, Aisha in seinen Arm. Aber die Reunion war schnell vorbei, als die Strait Tuff erinnern, die Tragedie, die so viele Jahre jahrelang erinnert hat. Kein Problem, habe ich doch gern getan. Kriegen wir den jetzt wieder zurück, so ganz offiziell und so? Huhu. Echt, Keith. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen jemanden retten. Oh, yeah. Okay, da wären wir. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und beim nächsten Mal holen wir uns Johnny. Macht's gut. Do you remember how to use this suit? To, uh, remi- That's not re-